Lust auf Beachvolleyball, Soccer, Badminton, Beachhandball oder Basketball? Dann komm vorbei zum AOK Active Beach, dem Spiel- und Sportstrand in Rostock-Warnemünde, direkt unter dem Hotel Neptun. Power dich auf einem der acht Spielfelder aus. Entspanne bei den AOK-Sommerkursen Qigong und Yoga. Und feuere die besten Volleyball- und Beachjocker-Teams bei spannenden Turnieren an. Der AOK Active Beach erwartet dich. Ja, hallo Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Strandsaison 2015 am AOK Active Beach ist eröffnet. Lasst euch sehen, kommt vorbei, bewegt euch, habt viel Spaß. Ich freue mich auf jeden, der kommt. Danke.